Ich grüße diesen Morgen, Ring der Kraft im Inneren wie im Äußeren. Und in dem Zusammenhang grüße ich all diejenigen, die an verschiedensten Orten dieser Erde sich mit der aufgehenden Sonne verbinden. Und wieder haben wir hineingehorcht, was ist die Frequenz der Woche. Und wir wissen, es war Vollmond in der letzten Woche, eine Konjunktion von Mond und Mars. Und wir haben es hier im Steinkreis beobachtet, dieser ganz besondere Moment, wo sich Sonne, Sonnenlicht, Mondlicht und Marslicht berühren. Und ich habe sehr stark empfunden, es geht um die Transformation des Kriegers. Und ich kriege immer wieder die Botschaft, slow down, you move too fast. Und meine Frage zurück, wie soll ich denn langsamer werden, wenn die Wellen so schnell um mich herum wirbeln? Und die Antwort war, die Entdeckung der Langsamkeit ist etwas im eigenen Herzen. Sei bereit, das Unbekannte wirklich zu sehen. Und mit diesem Unbekannten in voller Bereitschaft in die Gegenwärtigkeit zu gehen. Und ich fühle, dass diese Woche sehr stark geprägt ist von der Frage, was liebst du, wenn du liebst? Und ich fühle, diese Woche wird sehr stark beeinflusst von der Frage, was liebst du, wenn du liebst? Und was ist Liebe? Warum folgen wir seit Jahrhunderten Mustern, die dem Leiden dienen, statt der Liebe? Und können wir persönliche Muster loslassen? Können wir die Diskussionen mal beobachten, die uns immer wieder in persönliches Leiden führen? Und das verwandeln in diese Kraft, here I am. Wer bin ich im Ganzen? Und vielleicht nicht ganz so oft die Frage stellen, werde ich geliebt? Sondern wie trete ich ein in das Wunder der Liebe? Der Anteilnahme. Und ich empfinde, dass diese Woche auch um Gemeinschaft, es geht ganz stark um die Frage, was ist wirkliche Gemeinschaft? Was treibt uns auseinander und was treibt uns zusammen? Und so lade ich die Kräfte ein. Die Kräfte des Lebens. Der Liebe. Ich grüße die Kräfte der ganzen Tierwelt und Elementarwelt. Ich grüße das Feuer. Ich grüße das Wasser. Ich grüße das Wasser. Ich grüße Polarität. Und die Einheit in der Polarität. Und mögen wir am Ende der Woche ein bisschen mehr wissen, wer bin ich im Ganzen? Und wie diene ich dem Ganzen am besten? Und was ist das für ein Systemwechsel, in dem wir uns alle menschheitlich befinden? Und in diesem Sinne grüße ich die Welt und schließe jetzt diesen Film und öffne für die Gruppe hier, dass wir unsere Affirmationen finden. Und ich wünsche euch allen, dass ihr einen Kreis von Menschen findet, wo ihr zusammenrücken könnt mit dieser Frage, was steht an? Und ich wünsche euch allen, dass ihr alle ein Circle findet, wo ihr zusammenbringt mit dieser Frage, was ist es jetzt passiert? Ja, ich sehe. Ja, ich sehe.